Hallo und herzlich willkommen bei Cut Plosiv. Liebe Zuschauer, in diesem Video geht es um die Wahrsagerei und um die Gefahren, welche von der Wahrsagerei ausgehen. Die Wahrsagerei, sie begegnet uns in unserer doch so modernen und aufgeklärten Gesellschaft immer mehr. Wahrsagerei gehört schon zum Alltag und dieser Aberglaube ist fester Bestandteil des Alltags von so vielen Menschen. Die Wahrsagerei, sie birgt viele Gefahren für uns und unser Seelenheil, auch für unsere Gesundheit. Sie birgt sogar so viele Gefahren, dass die Bibel uns an vielen Stellen explizit davor warnt. 3. Mose Kapitel 19 Vers 31 Wendet euch nicht an die Totenbeschwörer und sucht nicht die Wahrsage auf. Sie verunreinigen euch. Ich bin der Herr, euer Gott. Die Bibel warnt uns also vor der Wahrsagerei. Gott warnt uns vor der Wahrsagerei. Warum? Was hat es mit der Wahrsagerei auf sich? Die Wahrsagerei ist ein Blick in die Zukunft. Doch dieser Blick in die Zukunft kommt nicht von Gott, sondern von Menschen. Diese Menschen nutzen dabei Hilfsmittel, welche eine Anrufung sind. Denn auch sie bekommen ihre Inspirationen, so nenne ich es mal, von außerhalb. Und diese Wahrsagerei geht auf den Teufel zurück und auf seine Dämonen. Von daher verbietet Gott uns Wahrsagerei. Jetzt würden manche einwerfen, ja, aber vieles davon ist ja auch wahr. Ja, einiges ist wahr, weil der Teufel versucht, dich in seinem Band zu ziehen. Er will dich in seinem Netz fangen. Doch der Teufel ist ein Lügner. Johannes, Kapitel 8, Vers 44 Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Der Teufel ist ein Lügner und Menschenmörder. Er mischt Wahres mit Falschem. Also er sagt dir manchmal auch 80% die Wahrheit, aber mischt dann 20% Lüge mit hinein. Er will dich durch die Wahrsagerei in sein Netz fangen, weil wem du dich als Sklaven verschreibst, dem dienst du auch. Römer, Kapitel 6, Vers 16 Denn wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr, und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Ziehst du also eine Wahrsage an, wie gibst du dich auch in den Sklavendienst des Teufels, in Wahrsagerei ist eine Sünde, und wenn du diese Sünde tust, dann bist du ein Sklave der Sünde und somit ein Sklave des Teufels. Und bist ein Anhang dessen. Und von daher kann auch einiges, was der Teufel dir dann durch seine Wahrsagerei offenbart, auch wahr werden, wenn du sein Anhängsel bist, hat er auch einen gewissen Spielraum in deinem Leben zu wirken. Der Teufel, er hat jetzt keinen besonderen Blick in die Zukunft, wie beispielsweise Gott, sondern er kann durch seinen Scharfsinn, der uns Menschen natürlich um einiges überlegen ist, verschiedene Sachen kombinieren, um so einen Rückschluss auf die Zukunft zu ziehen. Das können wir Menschen auch, aber er, der Teufel und seine Dämonen natürlich um ein Vielfaches mehr als wir Menschen. Sie haben natürlich einen viel höheren Scharfsinn, sie sind uns intellektuell überlegen, und sie haben natürlich auch Jahrtausende Erfahrungen in der Manipulation von Situationen und dem Verführen von Menschen. Wenn wir Anliegen haben für die Zukunft, dann müssen wir uns an Gott wenden. Ich zeige euch mal ein Beispiel aus dem Alten Testament. 2. Könige, Kapitel 1, Verse 2-4 Und Ahazia fiel in seinem Obergemach in Samaria durch das Gitter und wurde krank, und er sandte Boten und sagte zu ihnen, Geht hin, befragt Balsebub, den Gott von Ekron, ob ich von dieser Krankheit genesen werde. Da redete der Engel des Herrn zu Elia, dem Tischbieter, Mache dich auf, geh hinauf, den Boten des Königs von Samaria entgegen und sage zu ihnen, Gibt es denn keinen Gott in Israel, das hier hingeht, um Balsebub, den Gott von Ekron, zu befragen? Darum, so spricht der Herr, von dem Bett, das du bestiegen hast, wirst du nicht herunterkommen, sondern du musst sterben. Und Elia ging hin. Er hat also die Wahrsager konsultiert und somit Gott den Rücken gekehrt. Und das war sein Todesurteil und ein Leidensweg vor seinem Tod. Und so wirkt auch die Wahrsagerei auf uns. Wenn wir Wahrsager konsultieren, wenn wir uns in diesem esoterischen Sumpt einmal verlaufen haben, dann wird es uns auch an der Gesundheit schädigen. Da gibt es unzählige Zeugnisse von Menschen, welche in dieser Esoterik verstrickt waren und dann auch wirklich gesundheitliche Probleme bekommen haben. Im Evangelium sehen wir häufig, wie die bösen Geister Krankheiten hervorrufen. Selbst Blindheit und Lähmung. Matthäus, Kapitel 9, Vers 33. Und da der Teufel ausgetrieben, redete der Stumme. Und das Volk verwunderte sich und sprach, solches ist noch nie in Israel gesehen worden. Und das kommt halt auch von den Wahrsagegeistern. Die Wahrsagerei kommt also von Geistwesen, welche auf die Menschen wirken, eine Umsessenheit, oder durch die Menschen wirken aus ihnen heraus, wenn diese Menschen schon besessen sind. Da gibt es auch ein Beispiel aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte, Kapitel 16, Verse 16, 18 und 19. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte und ihren Herren durch Wahrsagen großen Gewinn verschaffte. Und dies tat sie viele Tage lang. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, Ich gebiete dir, in dem Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Und er fuhr aus in derselben Stunde. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn entschwunden war, ergriffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz vor die Obersten der Stadt. Wir sehen hier den Wahrsagegeist, den die Aposteln ausgetrieben haben. Und wir sehen auch, dass es da Menschen gab. Es gab da jemanden, der dies gewinnbringend ausgenutzt hat. Also ein Wahrsager, er macht das ja nicht aus Nächstenliebe oder aus Freundlichkeit. Nee, er will schon seinen finanziellen Nutzen haben. Und wir sehen, dass einmal da zwei Komponenten zusammenspielen. Einmal ein Dämon, welcher dann die Wahrsagerei quasi durch den Menschen betreibt. Und eine Geldgier. Matthäus Kapitel 6 Vers 24 Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Der Mammon ist der Dämon der Geldgier. Und auch in den Apostelbriefen steht, dass die Habsucht Witzendienst ist. Und somit haben wir, was die Wahrsagerei angeht, zwei Komponenten des Götzendienstes. Und auch die Wahrsagerei. Selbst wenn einige Sachen wahr sind, die dort vorhergesagt werden. Am Ende ist es alles Lug und Trug. Und diese Geister, die machen dich abhängig von dem Wahrsager. Diese Wahrsager, sie sind oft sehr charismatisch. Sie ziehen die Leute in den Bann. Doch der Prophet Zacharia warnt uns davor, dass alles, was diese Götzen und Wahrsager sagen, nur Lug und Trug ist. Von daher ist diese Wahrsagerei komplett in den Wind zu schießen. Es gibt natürlich auch noch die Weissagung. Weissagung ist von Gott. Sie kommt über die Menschen, wenn diese das Charisma der Weissagung haben. Was man aber auch nicht von sich aus tun kann, wie jetzt beispielsweise irgendwelche charismatischen Sekten es tun. Sondern es gibt halt Weissagungen, die auch biblisch ist. Und das ist halt der Unterschied. Diese Weissagung kommt von Gott. Wahrsagerei kommt vom Teufel. Weissagung kommt über Menschen, wie Propheten beispielsweise, ohne ihr Zutun. Wahrsagerei hingegen. Durch Zutun von Beschwörungen. Oder durch Zutun von Utensilien, wie Kartenlegerei, die Glaskugel und so weiter. Das ist alles ein sehr gefährliches Unterfangen. Und es kann dir die Gesundheit rauben. Es kann dich bis in den Tod führen. Und sie kann dir auch die Seligkeit kosten. Von daher bist du in diesen Problematiken verstrickt. Kehr dem sofort den Rücken und geh zur Beichte. Lass auch ein Befreiungsgebet über dich sprechen, dass all diese Verbindungen und Flüche gekappt werden. Denn der Widersacher, der lässt seine Beute nicht so schnell los. Man muss da schon wirklich entgegenwirken. Und dafür haben wir halt die Kirche. Dafür haben wir die Priester. Dafür haben wir die Sakramente und die Sakramentalien. Von daher, liebe Zuschauer, lasst euch da nicht verwirren. Verliebt dem Götzendienst. Gütet euch vor den Götzen. Spricht der heilige Apostel Johannes. Wenn euch solche Videos interessieren und solche Thematiken, schreibt es in die Kommentare. Dann werde ich in Zukunft, so Gott will, häufiger über solche Themen sprechen. Gottes Segen wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal.